Ja und herzlich willkommen zurück zu The Invincible. Weiter geht's hier im Camp. Wir haben ja bisher bloß diesen Roboter hier gefunden und einen Fisch, den sie im Ozean hier gefunden haben auf Rashes 3. Obwohl sie hier keine Lebewesen haben sollen. Was schon mal ziemlich komisch ist, wenn man mich fragt. Es ist Jasner. Ich kam für dich. Es ist jemand hier. Hier ist jemand. Dr. Krauter! Didn't you hear me earlier? Dr. Is everything alright? That's the Atolls. Dr. Please. Look at me. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello? Anyone there? I repeat, Krauter is in a serious condition. He's brablet there for sich hin. Jasner, can you hear me? Astrogator. Hi, Nimi. I've been listening to you for two hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Testing, one, two, three. Ah, copy you, Doctor. Loud and clear. But to the point. As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp. And he's not well. What happened to him? I-I was just about to examine him. Dr. Krauter, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal? Pulse two. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the Doctor. Karmish. His pupils respond properly? Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have said the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the cruise activities. We have three more people to find. And you still need to designate the place for the landing. Find that missions protocol. So Dr. Krauter hat also eine Krankheit namens stupor. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Keine Ahnung, ob es die wirklich gibt in real life. Aber es sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Hat ein bisschen so eine Reaktion wie ein Kind. In diesem Gebrabel vor sich hin und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Kontakt zur Basis. Was da schon mal gut ist. War nicht hier drüben irgendwie so ein Logo? Dr. Krauter. Eine erste Analyse der Proben ergaben eine Zusammensetzung aus Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium und Titan. Ich wüsste zu gern, was das ist. Ich tippe auf einen riesigen Meteor aus Nickel und Eisen, der vor Millionen von Jahren in die Atmosphäre von Regis 3 eingedrungen ist und alles zum Schmelzen gebracht hat. Nein, warte. Vergiss es. Die Form der Strukturen spricht eine andere Sprache. Okay. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Okay, here's das Camp. Da sind wir. Da ist ein möglicher landeplatz. Gorski. Structures. Shape of Structures. Mhm. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Der Metall vorkommen? Da ist möglicherweise... Can we look for the detector? Yeah, just a sec. möglicherweise finden wir noch andere Leute in anderen Sektoren des Planeten. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broke. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Find den Rest der Besatzung. Okay, wir haben jetzt also diesen Metalldetektor. Um wahrscheinlich zu Dr. Gorski zu kommen. Von Dr. Krautal müssen wir wohl zuerst mal hier zurücklassen, wie es aussieht. I'm sorry, aber es wird alles gut werden. Keine Angst. Hoffentlich. All right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely and secure Krauter. I have everything I need. Just is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yes, what are you up to? One sec. I'm looking for it. Shit, what does that do? What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Uh, fine. Proceed as you deem fit. Finded as relay im lager. Ich schätze mal, dass das da open ist. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the androbot. The relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Okay. So, the zusätzliche Relays. No luck. They're not in here. Irgendwelche Behälter. Aber nicht das, was sie suchen. Vielleicht da hier. Not here either. Auch nix. Okay, in das Iglu, sage ich jetzt mal, können wir gar nicht hinein, was aussieht. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. I see that's relay in the need of the lagers. Oh. Hmm. 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 Such ich ja. Check's ehrlich gesagt. Nicht ganz. Der Androbot kann mir da auch nicht helfen, natürlich. Okay. I should move. Oh, there's no time. Wie setzt man das dann hin? Ich check's nicht. Ah, jetzt. Komisch. So, scheint genau der perfekte Ort zu sein. Sehr gut. I'm connected. Sehr gut. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Oof. I don't know if the androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes. Unfortunately. Hmm. The pulsatronic brain has correct readings. Receptors. Hmm. Ah, nicht ganz. Na ja gut, das sieht immer noch nicht ganz so perfekt aus. Für den Rest der Besatzung. Evacuation Site, Landing Place. Nach links und dann rechts. Evacuation Site würde ich erstmal anschauen. Dann müssen wir hier oben rechts rum. Ist einfach nur ein Licht, ne? Ja. Hier runter. Suche die Ausgrabungsstätte nach Menschen. Gut, aber ich würde sagen, dass... Wir machen die Erst. Wir machen die Erst. Hier. Oh, genau. Du weißt nicht. Ein Stück Metall steckt aus dem Grund. Sieht nicht konspicuös. Aber in diesem desertischen Umfeld ist es ein Phänomenon. Das Artikel hat sich zu groß sein, um zu spüren. Oder um eine chemische und spektrometrische Analyse zu stellen. Dr. Gorski hat sich herausgefunden, um etwas Ende zu finden. Und? Hat er? Das? Ich weiß nicht, leider nicht. Gut, wie ich gerade sagen wollte. Diese Ausgrabungsstätte schauen wir uns in der nächsten Folge an von The Invincible. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.